Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu Let's Play to GTA GTA 5 Oh, coole Klingeltöne hier Also ich bin jetzt hier mal ganz neu drin, kenne mich noch gar nicht aus YouTube Gamescom, Learning to Rope Salon Enge Pfade und alles versierte Pistenstrecke, vorbei an der Redwood Leisrennstrecke, Rebell Radio Funktur Meine gute Möglichkeit, blablabla So, ich muss irgendwie hier zu einem treffen Und da gehen wir mal hin, hier 160 Meter Mal gucken, um was es hier geht Oh, eine schöne Frau hier am Start Hallöchen Schnapp dir die Drogen Die Drogen Ja toll, wo sind die Drogen? Sind die da hinten? Oh Gott, nein Hä, die haben ja keinen Plan, wo ich bin Seht ihr das? Passt mal auf, was wir hier machen Ah, kacke Wer will die Drogen haben? Nein Will bleiben Oh ja, ich hab die Drogen Jetzt hab ich die Drogen Jetzt fahren wir mal hier ganz schnell weg Ah, Helm hab ich keine Zeit mehr Kommt schon, kommt schon Was los hier? Bros Was los, Bros? Dö, 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 dö Oh, geht ja schon richtig ab hier Ah, kacke Fast auch, sagt er Der Helm hat mir das Leben gerettet Der Helm sieht gar nicht mal so schlecht aus Die Frau auch nicht Geiler Arsch Boah, Alter Die Steuerung ist voll schwierig hier So, guck mal was Hier Neues gibt SMS Keine SMS Aber ich kann hier bestimmt ein Porno angucken Irgendwo Ah Ah Gottes Willen Ne, lieber nicht Aua Wann komm ich denn endlich in diese Open Lobby rein, na? Wo ganz viele Spieler sind Ich glaub, ich muss erst eine Mission machen Oh, rein da Yo, es läuft, Mann Wie geht's dir? Oh, shit Mad Dog persönlich Ja, da stehst du drauf Geiles Topmodel Boah, Alter Das Fahrrad zieht ja immer geil aus Das will ich fahren Jo, hier sind die Drogen Und für Drogen gibt's natürlich Das da Money Mit Money Da kannst du Frauen kaufen hier Nutten Bumsen Gut Für diese Frau Für den Charakter, den ich jetzt spiele Muss ich halt einen Mann nehmen Aber das ist kein Problem Komm, laber nicht so viel Und mach mal So, also meine ersten Eindrücke Zu GTA 5 Online Sind doch mal richtig geil Mission ist beendet Und ich bekomme immer mehr Trustin Pipa Punkte Dollar gibt's natürlich auch Und Rang ist erhöht auf 3 Wer glaubt das denn? Und jetzt zoome ich wieder nach oben hier Fortfahren Ich dachte gerade, ich hätte eine Stimme gehört Wer spricht denn da? Oh ja, Baby So muss das aussehen Ganz viele Leute In der Lobby Und jetzt bin ich in GTA 5 Online drin Ja, wer hätte das gedacht Jo Und Wenn ihr mehr sehen wollt Wie ich GTA 5 Online Ähm Erlebe Dann könnt ihr das gerne machen Seid dabei beim nächsten Mal Dann geht's los mit GTA 5 Online Und eurem YouTube Gamescom Ciao